E-NOS 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 Fast 77 Millionen E-NOS Kunden bannen nach dem Angriff auf die Spielkonsole mit ihren persönlichen Daten Denen muss mal einer kräftig den Marsch blasen und Feuer unterm Arsch machen Vereint euch ins halbzigen Gebühren zurück Verdammt nochmal DORSEN 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 Ja Du ich komm heute ein bisschen später zur LAN-Party Nein, ich muss hier noch kurz was erledigen Aber ihr könnt schon ruhig mal die rechne anschliess Alles klar bis später Tchau Vielen Dank.